So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ach jetzt, schleichst du dich schnell raus, ja? Tschüss, bis später. Das war das Muttertier. Eine neue Folge Max Out Monday natürlich am Montag. Wir wollen wieder Pokémon Maxen auf Level 50. Regeln sind wie immer, wenn ich ein 100% Pokémon habe und genügend XL versuche ich das laut euren Vorschlägen zu maxen. Dafür schreibt ihr ja immer Kommentare. Und ich versuche immer 5 Zuschauerwünsche zu erfüllen. Ich selber möchte auch immer ein Pokémon bestimmen, das Titel-Pokémon. Damit ich nicht eins von euch schon verrate, was es geschafft hat, bestimme ich selbst ein Titel-Pokémon. Eigentlich wollte ich jetzt ein Halloween-Event-Pokémon maxen, aber das Halloween-Event läuft ja insgesamt 2 Wochen. Deswegen dachte ich, ich warte einfach noch die zweite Woche auch ab und wir werden nächste Woche Mondag vielleicht irgendein Pokémon aus dem Halloween-Event maxen. Jetzt ignoriere ich das Halloween-Event und sammle weiter. Denn mir ist eingefallen, ich habe noch was ausstehend. Ich habe damals dieses 100% Mewtwo gemaxt. Nach 783 Raids habe ich das bekommen, habe XL gesammelt. Das war richtig brutal. Wir haben irgendwann das Rüstungs-Mewtwo gemaxt in einer Folge. Würde wahrscheinlich keiner maxen, weil die sagen, das ist nutzlos. Das braucht man gar nicht. Ich finde aber, das ist ein Teil, das ist selten, das ist brutal, das ist 100%. Das sieht lustig aus. Das wollte ich unbedingt maxen. Und was mir eingefallen ist, was ich die ganze Zeit vergessen habe, ich habe ja noch kein einziges Krypto-Mewtwo gemaxt. Obwohl dein Krypto-Mewtwo selbst mit 0% EV stärker und krasser wäre als das 100% EV-Mewtwo auf Level 50. Da das aber kein 100% ist und das auch kein 100% ist, habe ich gedacht, ich maxe einfach die beiden Mewtwos. Dann bin ich mit Mewtwo auch fertig. Dann gleicht sich das vielleicht aus. Das ist mein Titel-Pokémon. Trotzdem ist es ja gemaxt auf Level 50 dann. Und ja, was hat das überhaupt hier für Werte? Das hat hier 14, 11, 14. Ist an sich gar nicht so schlecht. Das hier hat 13, 14, 11. Ich werde jetzt wie gesagt beide Maxen nicht erlösen. Da musst du wirklich aufpassen, wo du drauf drückst. Das Teil kommt auf 4.650. Jetzt natürlich noch den Tag dran machen. Level 50, Krypto. Und hier drüben das gleiche. Du musst wirklich aufpassen, wo du hin drückst. Irgendwann ist es erlöst und dann ist der Spaß vorbei. 4.641. Hier auch der Level 50 Tag dran. Bitte schön. Der hat zwei Attacken. Der hat hier Eisstrahl und Psycho-Stoß gerade. Eigentlich spielt man Psycho-Stoß und Spuk-Ball. Der könnte noch eine Attacke vertragen. Komm, dem geben wir auch noch eine neue Attacke dazu. Psycho-Stoß ist ja eine Legacy-Attacke. Kriegt ihr nur mit einer Top-Lade-DM. Spuk-Ball genauso. Ich möchte jetzt aber keinen ausgeben. Ich habe gerade eh keine Verwendung dafür. Ich gucke einfach. Egal was ich jetzt kriege. Ob Elektro, Eis oder Feuer. Das lasse ich jetzt. Und es ist auch Eisstrahl. Gut. Ich lasse also bei dem jetzt erstmal Eisstrahl. Bei dem lasse ich erstmal Eisstrahl. Und wenn ihr jetzt guckt, seht ihr. Die haben 4.600, 4.600, 4.700. Das ist also der Unterschied zwischen dem 100er und was anderen. Das sind 100er zwischen ungefähr 100 WP. Wir haben jetzt aber drei gemaxte, beziehungsweise vier gemaxte Mutus auf Level 50. Auch wenn das hier ein bisschen abstinkt. So, jetzt machen wir es, wie wir es überhaupt machen wollen. Und zwar geben wir vier Sternchen ein. Wenn ich es finde. Vier Sternchen und gehen in eure Vorschläge. Und zwar haben wir das letzte Video von der letzten Max Out Monday Folge. Wir ordnen die Kommentare wieder auf Neueste zuerst. Gehen hier runter und schauen dann, was wurde vorgeschlagen. Nico, Maurice, Torz. Bitte, Vipitis, Maxen. Schauen wir mal, ob wir Vipitis Maxen können. Wir haben Vipitis. Und haben wir acht XL Bonbons. Also das wird leider nichts. Dann haben wir den Weltenbummler, der sagt Hutsassa. Können wir Hutsassa Maxen? Hutsassa. Hutsassa können wir Maxen, ist das erste Pokémon, was passt. Erst auf 2420. Also eins habe ich jetzt gemaxed von mir aus. Fünf Vorschläge von euch. Das war der erste Vorschlag. Vier Vorschläge stehen noch aus. Finde Matschbombe ist bestimmt nicht so krass. Machen wir mal Level 50 Tech dran. Gehen zurück. Suchen das nächste. Nickel sagt Dammhirnflex. 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 Wir geben mal Damm ein und wir haben zwei Stück. Einmal das normale und einmal das mit den Glöckchen dran. Ich glaube, das ist viel cooler, oder? Das Rentier mit den Glöckchen. Wir werden also das hier nehmen und maxen. Einmal auch auf 2447 hinten dran halt. Wird das auch gemaxed auf Level 50? Das bekommt ja auch nochmal eine Weiterentwicklung. Wenn es so weiter geht. Und hat schon ein Kostüm an. Das ist doch genial. Sind sogar beide männlich, aber darum geht es nicht. 2447 Dammhirnflex. Drei Vorschläge stehen noch aus von euch. Dann haben wir Nick T. Sehr geiler Wheelie Max Out. Vorschläge heute sind Tohaido Lepomendas oder Alola Vulnona. Tohaido Lepomendas, Alola Vulnona. Ich glaube, Vulnona haben wir sogar schon gemaxed. Ja, auf 2610. Lepomendas. Gucken wir mal kurz rein. Haben wir noch nicht gemaxed. Maxen wir heute. Auf 2200. Das ist alles nicht so krass, nicht so stark. Ist das sogar noch weniger als 2422. Aber egal. Hauptsache es ist gemaxed. Es ist am... Es kann doch nicht sein, dass ihr Handy in eine Tour geht. Was ist denn da los? Hat die so viele soziale Kontakte? Das ist ihre TikTok-Karriere, die nebenbei startet. Und dann auch noch mit Ton. Ich habe seit 200 Jahren mein Handy nicht mehr auf Ton gehabt. Da muss ich dann gleich mal nachgucken. Nein. Hier. Mutter Tier. Grüße gehen raus. Ja, warum steht er eigentlich? Das kann man ja wegmachen. Hier. Lepomendas. Zack. 100% Level 50. War der dritte von euch. Zwei stehen noch aus. Das war dann nicht. Toheido ignorieren wir. Es ist ja schon ein Vorschlag von ihm drangekommen. Er kann beim nächsten Mal also wieder vorschlagen. Ralf Köhler wünscht sich das Choreogl in gelber Variante. Jetzt ist das Ding, ich sage ja eigentlich. Wenn wir schon ein Pokémon gemaxed haben davon, von der Familie oder sonst was, dann machen wir mit einem anderen weiter. Wir haben beim letzten Mal halt doppelte Vorschläge gehabt und dann hat man zu wenig Vorschläge. Deswegen mussten wir von unten wieder anfangen. Ich würde das Choreogl jetzt erstmal auslassen. Und als Bonus, falls wir keine finden und nochmal neu anfangen müssen, dann aufs Choreogl. Aber an sich haben wir ja schon Choreogl gemaxed. Zwei Stück. Das muss erstmal reichen. Wir brauchen erstmal die anderen Sachen. Trotzdem, danke Ralf. Schlag es am besten einfach immer wieder vor. Irgendwann wird es gemaxed. Weil irgendwann schreibt eh keiner mehr drunter. Es werden immer weniger Kommentare. Wir haben ja ADH. Ibitak wäre nice. Ibitak dürfte... Ist nicht auf... Ibitak. Ibitak ist nicht auf Level 50. Was war da denn los? Und der kommt bestimmt jetzt höher als alle anderen. Ne, 2257. Wir bleiben gleich. Ibitak auch. Was macht man damit? Eigentlich nix. Gut. Kommt auch auf Level 50. Ibitak 2257 von ADH. Und einen haben wir noch. Shiny Vulnona wäre nice. Habt ihr ja gesehen, Vulnona ist schon gemaxed. Und Shiny Vulnona habe ich kein 100er. Also werde ich nicht maxen. Ich maxe keine Shinies. Außer sie sind 100er. Aber habe ich nicht als 100er. Ich tue ja nicht danach snipen. Ne, dass ich dann alles, alle 100er als Shinies habe. Also das machen ja nur die Hardcore-Leute. Das, das, das ist nix. Durch Zufall ist was anderes. Da nehme ich das gerne mal mit. So ein Shundo, äh, Schlundo meine ich. Ne, Shundo, Shundo, Shundo. Kevin Pohl. Grüße Ramses und Hannes. Ich schlage das gelbe Choreoge vor. Ihr habt es mit dem Vogel, oder? Aber wir haben ja schon Choreoge gemaxed. Und deswegen erst mal lieber aufheben. Insta Paul, danke schön fürs Benennen. Austaus als Vorschlag bleibt natürlich. Ja, wo findest du großartig Muschas? Ich meine Austaus, das heißt zwar jetzt Paulos. Aber wir haben trotzdem keine XL fürs Austaus, um es zu maxen. Es spawnen einfach keine Muschas, ja. Wir brauchen mal wieder eine Muschas-Rampenlichtstunde. Dann haben wir Baloo, sagt Dodri. Und Wulnona, Kando. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Wul. Das ist. Nicht gemaxed. Braucht 296. Ich gucke mal kurz nach Dodri. Dodri ist gemaxed. Und ich würde sagen. Ja, da könnte man auch sagen, hä, Wulnona ist ja schon, nur weil es eine andere Form ist. Das ist ja wie bei Choreoge, das ist ja dann auch eine andere Form. Ich sage einfach, ich habe die Bonbons nicht, kann ich nicht machen. Ich könnte zwar welche umwandeln, dann könnte ich es machen, aber so bleibt es fair. Sonst hätte ich ja eigentlich wirklich das Choreoge maxen müssen. Weil das im Prinzip eine andere Form ist, sozusagen. Also kann ich nicht jetzt die Wulnona-Form maxen. Also gehen wir lieber schnell weiter und gucken hier. Kai Pötzsch. Mein Vorschlag wäre FM, die Entwicklung. Da weiß man nicht mal, wie es heißt, ne. Gucken wir mal. FM, die Entwicklung. Uhafnia. Und ich habe natürlich keine XL-Bonbons, um die Entwicklung zu maxen. Dann haben wir Jochen, Peliber, Slugweg, Kudelkreung, Noctuska, Widifas, Boliderus. Ich gebe es mal genauso ein, Peliber, Peliber, Pelie, 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 Pelie. Oh, Peliper. Können wir leider nicht machen. Fehlen leider die XL-Bonbons. Slugweg. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt. Slug. Slug. Haben wir nicht. Es gibt kein Slugweg. Dann haben wir Kudel. Ramses, du bist gemein. Du weißt genau, was er möchte. Kudel. Haben wir keine XL. Dann haben wir Grönk. Oh, das könnte was werden. Grönk. Schon wieder das Handy. Grönk ist schon auf 50 mit 2679. Noctuska. 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 Uh. Uh. Wir können ein 100% Krypto. Noctuska. Weil das haben wir hier nicht. Das heißt, wir können das hier machen. Dann nehmen wir das einfach jetzt als Abschluss Pokémon auf 2598. 100% Krypto Noctuska. Auf Level 50. 2598. Jetzt dachte ich, ich kann den Jochen ein bisschen an der Nase rumführen. Nein, was passiert. Er hat das heftigste Pokémon in diesem Max Out wohl bekommen. 100% Krypto. Auf Level 50. Auch wenn es so ein Noctuska ist. Von den Community Vorschlägen. Die anderen sind ja alle unter 2,5 gewesen. Und deswegen ist das wohl das Heftigste. So. Ja, den Rest kann er ja nochmal vorschlagen. Pidifas Boliterus. Dann ist hier der Scheinux. Er wünscht sich egal welches Mal ein Lucky. Hauptsache es ist glücklich. Am besten ein Scheinux. Ich will nochmal ganz kurz gucken. 4 Sterne und... Glücks... Gibt es denn irgendwas, was 4 Sterne und Glücks ist und nicht gemaxed? Wir gehen mal kurz durch. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Habe ich den Tag vergessen? 50, 50, 50, 50. Wow! Scheinux. Da hättest du Glück gehabt. Theoretisch hätte man das 100% Glücks Bruderlander. Weil ich maxe ja nur 100er. Und nicht einfach wenn es glücklich ist. Also wenn du nochmal ein Glücks vorschlägst. Könnte ich ein Bruderlander auf jeden Fall maxen. So wie ich das sehe. Raiko fehlen die XL. Das muss nochmal wieder kommen. Ja, da fehlen auch die XL. Da fehlen auch die XL. Da fehlen auch die XL. Aber 2 Bruderlander hätt ich. Die würden auf jeden Fall passen. Grüße an Scheinux. An Christina Bonn-Sack. An Fastlife. An Benjamin Engel. Fred Money. Ellen Gramann. Paul. Laurin. Jenna. Avins Tierheim. Die kommen leider zu spät. Die haben es leider nicht mehr reingeschafft. Die Kommentare. Alles andere. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr wieder fleißig kommentiert. Wieder 5 Vorschläge macht. Die ersten 5 Vorschläge, die passen. Das heißt ja nicht, dass es nur 5 Kommentare braucht. Es gibt ja viele Vorschläge, die sind schon gemacht. Oder die passen eben nicht. Deswegen macht bitte wieder Vorschläge unter dieses Video. Ich würde mich freuen. Nächste Woche Max Out Monday dann. Da lasse ich mir immer noch was anderes einfallen. Und ja. Das ist mein Titel-Pokémon gewesen. Eben für heute. Krypto Mewtwo. Zweimal gemaxed. Dem werde ich vielleicht auch irgendwann dann Psycho-Stoß und Spukball geben. und Eisstrahl wegmachen. Aber vielleicht kann man den ja auch einfach mal mit Eisstrahl spielen. Ist ja stark. Wenn man irgendwo Eis braucht, dann so. Eis gefühlt spiele ich ja eh mehr. Oder nutzt man mehr, als wenn man jetzt eine Feuerattacke hat oder braucht. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wird übrigens eine sehr ruhige Woche. Das werdet ihr noch merken. Bis dahin. Peace out for house. Euer Ramses. Und bis heute Abend. Ciao. Ciao.